Beeindruckend. Es war alles perfekt. Ja, ich habe Vertrauen, weil ich sehe, das wird ständig sterilisiert und desinfiziert. Und schon, wenn man reinkommt, mit Füßen isolieren. Und ja, also ich habe da überhaupt keine Bedenken darüber. Also ich fühle mich sicher, trotz der Professionalität schon viel günstiger als in Deutschland ist. Manchmal ist, da denkt man, dass es nicht normal ist, dass alle so übertrieben nett sind und freundlich und beruhigend. Boah, ich habe keine Beschreibung, ist alles toll. Größe Schäuze Größe Schäuze Hölle Ömer Größe Schäuze